Innerlich glücklich und zufrieden zu sein, bedeutet, dir bewusst zu machen, welche Bedürfnisse und Wünsche du hast. Denn deine Sehnsüchte, Bedürfnisse und Wünsche sind der Motor hinter deinen Handlungen, ob du es wahrnimmst oder nicht. Werde dir also klar darüber, was du willst und handle danach. Stell dich in den Mittelpunkt deines Lebens. Kümmere dich nicht darum, was andere davon halten oder dazu sagen. Lebe genau das Leben, das du führen möchtest. Lebe das beste Leben, das du für dich haben kannst. Mit welchen Schritten könntest du heute beginnen?